Hallo Christian, mein Freund. Ich bin extra aus der Vergangenheit in die Zukunft gereist, um dir persönlich gratulieren zu können. Ich hoffe, du hast deinen tollen 50. Geburtstag. Ich weiß, dass du, als du ein Kind warst, bei meinen Abenteuern immer mitgefiebert hast und mich nach all den Jahren auch nicht vergessen hast. Diese Abenteuer waren übrigens keine ausgedachten Geschichten, sondern sind wirklich passiert. Und da ich nun nicht in die 80er Jahre zurückkehren kann, werde ich hier in deiner Zeit mit meinen Gefährten Greg und Otto alle Bösewichte bekämpfen, die ich finden kann. Und ich zähle auf dich, da ich weiß, dass dir das Gute am Herzen liegt. Du bist doch dabei, oder? Mein Raumschiff, die Komet, ist übrigens auch noch am Start. Und gute Musik haben wir auch an Bord. Also, ich geb dir zwei Tage Bedenkzeit. Bis dahin, war ja noch schön und lass es krachen.